Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal was anderes, weil ich dachte mir, ich habe jetzt so oft das Epoxidharz gehabt, dass ich euch jetzt einfach mal was anderes zeige. Ich habe vor etwas über einem Jahr, habe ich mir vom Flaschengarten so ein Glas bzw. so ein Starter-Set geholt und ich wollte es euch aber erst zeigen, wenn ich euch einfach auch über einen gewissen Zeitraum auch zeigen kann, wie dann so das auch aktuell aussieht. Ich habe jetzt zwischendrin nicht gefilmt, muss ich dazu sagen. Ich erzähle euch aber einfach erst mal was dazu. Also es war alles dabei. Es war auch eigentlich relativ gut erklärt. Das, was ich so ein bisschen schwierig fand, war Tatsache, dass ich die Pflanzen recht groß fand. Aber ansonsten, wie gesagt, war alles mit dabei. Es war die Erde mit dabei, da waren die Steine dabei, damit dieses Wasser nicht ganz so durchsickert. Eben auch den Deckel mit einer Lampe. Ich hatte es mir mit der Lampe halt gekauft, weil ich das eigentlich ganz hübsch finde, wenn ich es mal anmache. Wobei so oft hatte ich es jetzt nicht an. Also wer ehrlich zu sich selber ist, wann macht man so was an? Also es sei denn, es gibt diese Lichter-Junkies, die da irgendwie so ein bisschen mehr Licht brauchen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich nicht. Das ist wie mit Lampen in der Anbauwand. Wann macht man die an? Also tut mir leid. Ich leider nicht. Ich habe es leider vorher nicht gewusst. Aber gut, ich habe es jetzt. Das macht es für mich aber leichter, wenn ich merke, da ist glaube ich zu viel Luftfeuchtigkeit drin, dass ich dann einfach mal den Stöpsel für einen Moment hochziehe und die Luftfeuchtigkeit so ein bisschen raus machen kann und nicht dadurch den kompletten Deckel gleich nutzen muss. Weil eigentlich ist ja das Prinzip, dass man das wie so ein eigenes, eigener Kosmos dann ist und man sich eigentlich um nichts kümmern muss. Und das muss man Tatsache dann auch nicht. Wie gesagt, ich bastle hier so nebenbei. Ihr könnt dabei zuschauen, wie ich es mache. Wie gesagt, ist jetzt auch schon über ein Jahr her, wo ich es jetzt gemacht habe. Ich muss sagen, mein Gedächtnis hat ein bisschen nachgelassen. Und dementsprechend habe ich bestimmte Sachen natürlich auch im Hinterkopf, was ich noch gemacht habe, aber eben nicht mehr detailliert. Und da gibt es auch noch mal eine Anleitung. Ich habe dann auch noch mal geschaut gehabt, wie ihr es gerade seht. Auf der Webseite stehen ein paar mehr Infos dazu. Da sieht man auch eben eine bebilderte Anleitung, die jetzt so nicht mit bei war. Da war jetzt nur eine Textanleitung mit bei. Ich bin ja ein Fan von im Zweifel ein Video mir angucken und dann die Anleitung danach machen. Aber wie gesagt, ich finde es erstmal ganz gut. Ein bisschen groß fand ich die Pflanze. Die hat so ein bisschen angestoßen. Das hat sich dann auch circa ein halbes Jahr später gerecht, sage ich jetzt mal, also gerecht klingt immer so negativ, aber ich habe sie dann erstmal kürzen müssen, weil das einfach zu viel dann schon drin war. Und dementsprechend habe ich es dann wirklich gekürzt und habe die dann also ein bisschen weniger gemacht. Ich bin gespannt. Ich gucke jetzt mit euch direkt auch nachher nochmal rein zum Schluss und zeige euch, wie das aktuell aussieht nach, wie gesagt, ich glaube so circa, ich habe es im Oktober 2021, glaube ich, gemacht. Und für mich selber, das war so ein Set eben, was man irgendwo so als Weihnachtsset mit nutzen kann. Hat jetzt für mich nichts mit Weihnachten zu tun, außer die Lichter vielleicht. Und wie gesagt, ich fand es nicht schlecht. Habe es wirklich sehr, sehr gerne auch gemacht. Fand es auch sehr spannend, da einfach mal mit zuzuschauen, wie sich das so entwickelt. Und dementsprechend kann ich es auch nur empfehlen. Was auch, glaube ich, für den einen oder anderen wichtig ist, die ganze Verpackung war plastikfrei. Finde ich jetzt persönlich auch nicht schlecht. Also ich achte da jetzt schon so ein Stück weit drauf. Also man kann es nicht verhindern. Das ist wie bei dem ganzen, wenn man einkaufen geht, man kann es nicht verhindern. Und es gibt einfach auch Sachen, die sind eingepackt, wo ich irgendwo so die Unterschiede zwischen eingepackt und nicht eingepackt. Das nicht eingepackte ist so viel teurer. Und dadurch, ich glaube, da sollte auf jeden Fall das Ganze nochmal überdacht werden, dass man dann vielleicht auch schaut, dass das vielleicht nicht so extrem viel teurer ist. Dann überlegen sich, glaube ich, die einen oder anderen das auch mal und wollen das dementsprechend vielleicht dann doch mit bedenken und nehmen lieber das nicht eingepackte. Ich habe aber zum Beispiel, falls das eben auch interessant ist, ich habe für das Obst und Gemüse habe ich immer so eine Mehrweg-Säckchen, wo ich dann eben zum Beispiel die Äpfel reinmache, die Tomaten. Und das macht sich tatsächlich schon bemerkbar und ich finde es auch gut. Und selbst die Tüten, die ich irgendwann nochmal nutze, die nutze ich in der Regel mehrfach und habe da also dementsprechend keine Probleme damit, dass ich dann eventuell... Also ich habe die Säckchen auch immer im Rucksack drin. Also ich nehme die auch immer mit, falls ich unterwegs bin und was kaufen möchte. Ja, ich habe zuerst hier übrigens die Steinchen reingemacht und also so eine gröberen Steinchen, dann kam die Erde drauf und dann pflanze ich das so nach und nach ein. Während ich das mache, erzähle ich euch einfach nochmal ein bisschen was. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich habe angefangen mit Musik hochladen, weil ich immer wieder öfter abends weggegangen bin. Gerade bei so kleineren, unbekannten Bands war ich dann immer. Habe dort meine Kamera mit dabei gehabt. Ich gehe ja selten ohne Kamera außer Haus. Und habe da also dementsprechend mit angefangen. Dann eben erst die kompletten Auftritte, dann die einzelnen Lieder noch, weil ich weiß nicht, jeder möchte immer ein Zwei-Stunden-Konzert sich anschauen. Und aber genau. Und irgendwann dann kam Corona und dann habe ich angefangen mit Basteln. Erstens, weil es sich anbot. Man konnte nicht mehr zu Workshops gehen. Und dann habe ich dementsprechend das Ganze auch aufgenommen, weil ich das irgendwie ganz schön fand, so auch als Erinnerung. Wie habe ich es mal gemacht? Was habe ich schon alles gemacht? Und dadurch, da fing das an. Ich glaube, mein allererstes war, glaube ich, sogar Seife herstellen. Da hatte ich hier aus der Nähe, die haben so eine DIY-Sets gemacht, aus der Not heraus, weil sie ja nicht öffnen durften. Und dementsprechend haben die dann das Ganze angefangen damit. Und genau. Und dadurch hat sich jetzt so ein bisschen über die Zeit jetzt einfach eine Leidenschaft entwickelt, dass ich Bastelsachen ausprobiere. Ich habe unheimlich viele Bastelsachen mittlerweile auch. Ich muss gerade mal wieder aufräumen, dass ich mal schaue, was brauche ich wirklich noch. Was hat mir auch so einen Spaß gemacht, dass ich es nochmal machen möchte? Ich werde mal schauen. Vielleicht kann ich es sogar beim Aufräumen mitfilmen und euch vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, ob das für mich noch Sinn macht. Da ist aber auch jeder anders. Also jeder hat ein anderes. Ich weiß, dass manche lieber mit den Händen das konkret machen wie Handarbeit. Ich gieße unheimlich gerne. Und also Acrylic-Poring, Epoxid-Tarts, Resin, Hydro-Flow nutze ich auch ganz gerne. Und dadurch, das sind halt so Sachen, die ich gerne mache. Ich probiere mich aber eben auch an anderen Sachen gerne aus. Und dadurch ist, glaube ich, auf dem Kanal schon ganz viel, viel unterschiedliche Basteltechniken auch drin. Also dadurch guckt gerne mal durch. Ich freue mich aktuell sehr drüber, dass wir so schön viele auch aktuell schon sind. Ja, für mich sind 450 auch viel. Also dementsprechend ist es für mich eine unglaubliche Bereicherung. Und ich danke euch natürlich sehr dafür. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dazu kommt. Und stellt gerne Fragen. Ich habe jetzt gerade noch ein Kerzen-Video in Planung. Das dauert aber noch. Da hat nämlich jemand unter dem Kerzen-Video eine Frage gestellt. Und ich muss erst gucken, wie ich es umsetze. Also ein bisschen Geduld. Ich bin dran. Ja, und hier seht ihr, ich habe es dann so weit alles schon drin. Und gucke jetzt, dass ein bisschen sauber gemacht wird. Und ja. Übrigens, meine Videos kommen immer Sonntags hoch online. Und in der Regel das Bastel-Video um 12. Und ein Musik-Video um 16 Uhr. Je nachdem, wenn ich zum Beispiel auf dem Freitag, Samstag weg war, dann lasse ich das 16 Uhr-Video weg. Weil dann kommt der komplette Auftritt. Und dann lädt das in der Regel dann hoch. Und dann, glaube ich, braucht keiner das 16 Uhr-Video. Sondern man möchte gerne das andere sehen. Ja, und genau. Also da kam jetzt auch noch ein bisschen Deko rein. So ein paar Steine. Ist jetzt für mich jetzt nicht so wichtig gewesen. Aber ich habe es trotzdem reingemacht. Weil das einfach für mich jetzt so ein bisschen... Das war dabei. Und ich wollte das Set ja komplett ausprobieren. Wie gesagt, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Ich glaube, es gibt auch noch... Ich hätte mir, glaube ich, kleinere Pflanzen gewünscht. Und aber gut, das weiß ich nicht, ob die das beim Einpacken gesehen hatten oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich wollte da auch nicht hinschreiben und sagen, mir ist die Pflanze zu groß oder so. Dafür bin ich zu neutral dann einfach auch eingestellt und gucke und mache das Beste daraus. Und wie gesagt, ich habe es nach einer Weile musste ich es eh kürzen. Weil die Pflanze dann einfach zu groß geworden ist. Und was aber auch zeigt, dass ich eigentlich alles richtig gemacht habe. Und dementsprechend dann auch alles, das eben wachsen konnte, ne? Also mir fehlten gerade die Wörter. Und ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite. Da gibt es noch andere Sets, so ein bisschen vielfältig. Und vielleicht gefällt euch da ja was von. Und nein, es ist keine Kooperation. Ich habe wirklich alles selber bezahlt. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich habe bisher bei keinem Bastelset Geld bekommen. Und dementsprechend ist das wirklich meine freie Meinung, meine Entscheidung, wo ich es gekauft habe, euch zu zeigen. Es gab auch schon Sachen, die ich euch nicht gezeigt habe. Und das einfach, weil ich nicht überzeugt davon war. Und also dadurch, ich würde es dann aber so nicht explizit sagen, sondern ich würde es einfach nicht machen. Und das, weil ich glaube, Kleinunternehmen sind, haben es eh schon sehr, sehr schwer. Und genau, also dadurch möchte ich da auch keinen Schaden machen. Und genau, hier seht ihr schon, jetzt habe ich auch die Lichterkette mit drin. Dann gieße ich da auch nochmal einmal, damit es ordentlich richtig nass ist. Und dann in der Regel, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so um die drei, vier Tage sollte man auf jeden Fall immer wieder nochmal schauen, dass man die Luftfeuchtigkeit dann auch rauslässt. Und gerade, wenn das früh beschlagen ist. Und dann mittags auch noch, dann einmal lüften in dem Glas und dann geht's weiter. So, und hier ist das aktuelle Ergebnis. Und so sieht es aus. Es ist aber auch vormittags. Dementsprechend ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und genau, während wir das aktuelle Ergebnis anschauen, verabschiede ich mich schon mal. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag, äh, ja, nächsten Donnerstag, nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Sonntag noch. Und bis ganz bald. Tschüss. Alla